Hallöchen Freunde und willkommen zu einem kurzen Infovideo. Ich hatte ja die ganze Zeit schon mal geguckt, was so an Werken für die aktuelle Challenge reintröpfelt. Und bisher ist genau um 15.29 Uhr am Sonntag, dem 17.11. bisher genau eine einzige Einsendung. Und die kam von Seras hereingetröpfelt. BadgameLP hat auch geschrieben, ja kommt demnächst irgendwas, aber eigentlich ist es sowieso schon viel zu spät. Und deswegen gebe ich euch noch eine Woche länger. Ähm, in der Hoffnung, also quasi bis zum 24. November. Sagen wir mal bis 15 Uhr. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen was reintöpfelt, weil sonst wäre es sehr schade. Wie gesagt, Matrix ist eins meiner Lieblingsfilm-Franchises. Wäre cool, wenn da noch was kommt. Deswegen, morgen gibt es auch keine Folge, ähm, Simple Planes. Sondern, ich habe gedacht, weil es jetzt schon relativ häufig nachgefragt wurde, kommt zur Abwechslung mal eine Folge Stormworks. Also, wenn ihr da Bock habt, schaltet um 15 Uhr ein. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns dann hoffentlich morgen bei Stormworks, wenn nicht bei der nächsten Simple Planes Folge. Macht's gut, tschüssi! Tschüssi! Tschüssi!